Wie kam es dann zu dieser Veränderung, kraftwerk, elektronisch, was sie kamen? Ja, das kam genau so, dass nämlich der Ralf Hütter anrief eines Tages, das war so im Herbst 2, Quatsch, 1970 und da waren die so mitten in der Produktion ihrer ersten Kaufpferdkirche, also die mit den roten Hütchen und hatten irgendwie Probleme mit dem Trommer, ich weiß nicht was es genau war, so. Und ein Freund von mir, der auch auf der Fünsterregie war, Stefan Ruhner, hat wohl diesen Ralf Hütter, irgendwie meinen Beinchen, so rief der irgendwie an und kam vorbei und dann waren wir irgendwie im gleichen Abend schon in, wie heißt das, bei Köln, Regensspiel, ganz der Ort. Und ich glaube, ja, ja. Und ja, das erste Mal von dem Land gesehen und so und mal eine Runde getrommelt auf irgendwas, so, keine Ahnung. Und ja, alles war ganz gut, so, Florian war nicht dabei, so, Florian war in Ruhe und als er zurückkam, gefiel ihm das nicht und dann musste ich irgendwie nochmal, das war zwar heute nichts anderes, aber dann war okay, so und so. Ja, so ging das los. Dann kennst du ja auch eben den Beat-Club hier auf Kraftwerk, war ziemlich erfolgreich, diese Formation, auch schon mit Ralf, der aber dann so im Februar 1971 irgendwie so ein Teil der Probleme prächtet, so nach dem Motto, ich kann nicht mehr spielen, so. Irgendwie sowas, also ich muss jetzt hier raus, so. Und ich meine, inzwischen wissen wir auch auch rum, so. Ich denke mal, dass der da schon so Autobahn irgendwie so und das so in der Masse hatte, so. Also der hat sich eine ganze Zeit verabschiedet und da kam, den Michael, Michael Rotter, den er aber auch Ralf entdeckt hatte, so viel ich weiß, so und so. Ja, naja, Florian und ich waren plötzlich alleine ohne Mal, so und es gab auch schon eine Menge Aufträge, so für Kraftwerk, dann haben wir ja wirklich hervorragend das erste Abend verkauft, so. Und das ging dann mit Michael noch ein bisschen besser eigentlich, so, weil Gitarre ist schon, und Sprung der Gitarre ist schon irgendwie nochmal anders. Und es ist Ralf, ne, Ende Auge, oder so. Obwohl auch, also keine negative Bemerkung, ja, Ralf, Ende Auge, wunderbar, okay, scheiß Schleberstein, so. Ja, ja, zum Beispiel gab es dann so, das war eine relativ kurze Zeit, ne, also als der das erste Abend ging und dann die erste Kraftwerk, das war so November, Dezember 70. Ja, und dann ist er im Februar ausgestiegen und im Juli, August 71 war alles schon vorbei, so, ne. Und dann eben diese Formation mit Florian und Michael und ich, zum Beispiel mal irgendwann auch im Frühjahr so in der Kunsthandel zusammen mit so einem stetschen Leserartisten, so, und zwar sehr schön auch. Und dann haben wir so, kein Wunder damals auch so, die Erinnerungen hatten alle einen drin, so, ne. Und damals zum Beispiel zweimal, dann müssen wir anschließend nochmal die Kunsthalle, weil das war alles brechend voll auf der Platz davor, so. Und so, und Small Faces am gleichen Tag war, da würde ich sagen, glaube ich bin es nicht deutsch, oder so, ne. Aber es war schon extrem erfolgreich manchmal, auch auf Festivals, so. Ich hab also nur richtig weinen Sinn, war es drohlich, ich hab irgendwie die Welt nicht mehr verstanden, was da abgehen soll. Ich hab eben auch, glaube ich. Ich hab auch in diesem Samstag mal hier, ein broken drüge, ist in diesem Samstag, aber nichts ist da abhängen. Ich habe mich noch mal hier, das war es nicht so, ich habe es nicht so, dass ich mich glaube, ich glaube, ich habe es damit in dem Moment schon sehr gut gemacht. Und ich habe es nicht so, dass ich so, dass ich mich anger, weil ich es nicht so, dass ich mich so, nicht so, dass ich mich so viel machen mache. Vielen Dank.